schön dass er reinschaut bei trick pc wir schauen uns heute auf euren wunsch natürlich den johns bau cr 1300 an das ist die leicht aufgebohrte variante des 10 euro kühlers des cr 1200 den uns bereits angesehen haben was der kühler jetzt für 13 euro also drei euro mehr kann und wie er sich im test schlägt das schauen wir uns jetzt für euch genauer an lieferumfang technisch der kühler mit bereits montiertem 92 mm lüfter es gibt eine kleine einbauanleitung dazu ein bisschen werbeleit passt in so einer kleinen tüte drin und eine der größeren neuerungen auch auf amd system wird der kühler nun verschraubt mit der retention modul backplate auch das eine interessante neuerung der kleine kühler ansonsten ist immer noch 12,8 zentimeter hoch sollte also die meisten gehäuse reinpassen lässt eure arbeitsspeicher slots auch mit montiertem lüfter nach vorne hin frei eine der größten neuerungen am kühler ist jetzt er hat eine dritte heatpipe spendiert bekommen hat jetzt also 36 mm kupfer heatpipes das ganze immer noch mit heatpipe direct touch technik auf der unterseite allerdings die heatpipes dadurch natürlich ein bisschen besser verteilt und somit auch eine größere wärmeabgabefläche was das ganze auch in der theorie etwas effizienter gestalten soll aufgrund der drei heatpipes hat man jetzt auch den lüfter ein bisschen aufgebohrt ihr habt jetzt einen pwm lüfter hier drauf beim anderen war es ja ein 3 pin stecker der hat zudem auch noch eine höhere maximal umdrehungszahl bei uns mit so circa 2500 umdrehungen rgb beleuchtung könnt ihr leider immer noch nicht anpassen die spielt einfach munter vor sich hin ihre effekt ab ist jetzt bei 13 euro auch nicht weiter dramatisch und den abschluss nach oben bei diesem kühler bildet auch eine schwarze kunststoff abdeckung mit einem kleinen logo drauf und wir schon beim 1200 e gibt es von unserer seite an der verarbeitung für 13 euro hier absolut nichts auszusetzen am 1300 kurz einige wörter zur montage ich finde es bemerkenswert dass man für drei euro mehr jetzt hier beim 1300 dann sowohl bei intel als auch bei amd auf eine verschraubung setzt das ist wirklich eine gute lösung bei amd wird das teil einfach mit der retention module backblade verschraubt indem er die amd bügel an den kühler schraubt und bei intel kommt die multi backblade aus dem lieferumfang zum einsatz von lga 1700 ist auf der verpackung allerdings keine rede der kühler passt hier auf 1200 lga 11 5x dann kommen wir zum interessanten part nämlich der reinen kühlleistung was bringen jetzt mir also die verbesserungen eine dritte heatpipe und entsprechend auch die höhere maximal drehzahl nun er liefert hier ein besseres ergebnis als der 1200 e von zwei bis drei grad nicht die welt nimmt man allerdings natürlich gerne mit und ist auch in dem rahmen wo wir uns das so gedacht haben wo er dann rangiert eben aufgrund der kleineren verbesserung ich meine der kühlkörper ist immer noch relativ klein und die abwärme muss natürlich auch verteilt und dann schnell abgeführt werden daher auch die höhere maximal drehzahl wir haben in den niedrigeren drehzahl bereichen dann verbesserte temperaturen die man auch gerne mitnimmt auch hier rangierter dann knapp auf dem niveau von amd right prison box lüftern als beispiel mal genannt auch da kann man in unseren augen mit dem 1300 also nicht viel falsch machen für größere cpu ist natürlich etwas unterdimensioniert der kühler auch besonders für overclocking und dergleichen raten wir natürlich zu einem deutlich größeren modell thema lautstärke durch die höhere maximal drehzahl ist er jetzt natürlich auch hörbar lauter als der 1200 e wir wissen hier 35,3 dezibel maximal oder zwei sohn ist aus dem system wahrnehmbar allerdings wird auch dieser kühler dann absolut 70 prozent was dann in etwa 1700 umdrehungen spricht auch angenehmer lauf ruhig und liefert je nach cpu besonders bei kleineren immer noch sehr gute und solide werte muss man also auch wieder ein bisschen abwägen wofür man denn den kühler eigentlich einsetzen nichtdestotrotz auch wieder eine für den preis wirklich sehr gute und passable vorstellung ja abschließend für drei euro mehr ist der cr 1300 aus dem hause johns bohr im vergleich zum 1200 e die drei euro mehr in unseren augen wirklich wert ihr bekommt eine bessere kühlleistung ihr habt eine hochwertigere montage dabei pbm lüfter ist dabei kühlleistung ist solide und erhaben klar ist ein kleiner kühlkörper für mittelklasse cpu ist auf jeden fall je nachdem was ihr vorhabt mehr als ausreichend für größere cpu solltet ihr natürlich lieber zu einem größeren modell greifen lautstärketechnisch ist ein bisschen lauter als die 1200 e variante liegt allerdings an der höheren maximal drittzahl wodurch natürlich auch ein bisschen bessere kühlleistung resultiert allerdings ab 70 prozent ist doch dieser kühle hier wieder mucksmäuschen still ihr müsst allerdings darauf ein bisschen achten dass die kühlleistung dann natürlich im verhältnis jetzt zur kühlergröße dann relativ stark abfällt ja ansonsten ramslots bleiben frei rgb beleuchtung könnte leider immer noch nicht anpassen ist allerdings in unseren augen bei einem preis von 13 euro dann zu verschmerzen ein bisschen wärmeleit passt es auch im lieferumfang dabei also alles was man eigentlich so braucht um sofort loszulegen von dem her auch von unserer seite wenn ihr einen preiswerten ersatz führt zum beispiel box lüfter sucht mit ein bisschen rgb dabei das allerdings nicht anpassen könnt und nicht viel geld ausgeben möchte dann könnt ihr euch den johnsport cr 1300 auch ganz problemlos einfach mal ansehen und auch wirklich ein rundum solides und gelungenes produkt vor allen dingen für den preis das wäre es soweit von unserer seite jetzt sind wir natürlich wie immer noch an eurer meinung interessiert wie sieht es bei euch aus mehr budgetprodukte hier bei uns auf dem kanal habt ihr fragen anregungen oder kritik wie findet ihr den 1300er schreibt uns das gerne unten in die kommentare ihr wisst da freuen wir uns immer sehr drüber ja und in diesem sinne recht herzlichen dank dass ihr heute bei uns reingeschaut habt und ihr wisst wenn euch unsere arbeit gefällt freuen wir uns ja über euren support abo da lassen daumen nach oben glocke aktivieren denn dann verpasst ihr keines mehr unsere videos und dann sehen wir uns beim nächsten mal hier bei gpc einfach wieder